moin moin freunde und herzlich willkommen zurück mal wieder endlich zu einer neuen folge von ls19 weilchen schön dass du mit dabei bist und ja wir waren ja in der letzten folge soweit ich mich erinnere dabei die ganzen big packs in das neue hochregal zu transportieren da werden wir dann auch direkt mal weitermachen ja endlich endlich geht es mal wieder los hier lange ist es her leider aber es hatte natürlich auch gründe gott was habe ich jetzt da unten load motor slip ich habe realismus noch mit reingetan also ein realismus mod für für maschinen ja gut das reiße ich jetzt alles ab das ist mir auch egal gerade ja denn es ja geht einiges ab gerade ich hatte jetzt meine ganzen prüfungen die habe ich jetzt hinter mich gebracht zum glück und da warte ich jetzt halt noch auf ergebnisse aber ja zwischendurch musste ich ja noch ein paar andere private sachen machen und deswegen war es halt immer nicht so einfach irgendwie auch aufzunehmen weil ich mega viel um die ohren hatte in letzter zeit jetzt wollte ich mir aber mal auf dem sonntag war wieder ein bisschen gönnen und sagen er weiß was ich nehme jetzt erst mal wieder auf denn das eigentliche gute ist dass wir aktuell ich schaue einmal noch mal kurz um ein bisschen genauer noch sagen zu können aber uns fehlen glaube ich nur noch 77 abonnenten bis zu den 1900 das wäre natürlich schon da ist dann fehlen würden uns auch 100 fehlen um die 2k zu knacken das wäre natürlich ein highlight ja ansonsten machen wir das halt nach und nach so ich muss ja einmal noch mal meine wo war es ein kleines hier super kräfte meine super kräfte auswählen kann ich nicht das ding das ding kann ich da nicht so eigenständig reinpacken glaube ich weil das ist zu hoch dafür aber zumindest kann ich das ja hier irgendwie einmal relativ gerade für das gerät hier hinstellen das wäre natürlich ideal ich weiß ich kann man dieses loter unten kann man das ausstellen allradlenkung okay also das ist ja für den okay ja keine ahnung einer natürlich ganz nice weil irgendwie macht es da unten auch nicht so viel sinn ja ihr müsst mir natürlich helfen weiterhin weil ich habe natürlich im moment überhaupt gar keinen überblick mehr was im moment in der ls szene noch aktuell ist oder was man halt haben muss wissen muss deswegen eure aufgabe an der stelle schreibt gerne mal unten in die kommentare rein was ich eventuell verpasst haben könnte ja was vielleicht neu ist was ich vielleicht noch nicht weiß um euch das natürlich dann auch wiederum in einer weiteren folge vielleicht erzählen zu können das wäre natürlich ziemlich top da müssen wir halt mal gucken was ich auf jeden fall weiß ist dass ich dass ich nur ein paar mods aktualisieren muss es gab für einige mods wohl ein update was ich aktuell noch nicht habe ja und ansonsten freue ich mich wenn ich wenn diese ganze corona kram irgendwann mal vorbei ist wobei jetzt vielleicht noch mal ein umzug anstehen wird das heißt dann bin ich auch wieder in meinen eigenen vier wänden und den bereite ich im prinzip aktuell halt schon ein bisschen vor mit ja auf verschiedenen sachen da werde ich euch dann vielleicht noch mal ein paar einblicke irgendwann später gewähren ja aber jetzt sind wir natürlich hier wenn euch das ganze gefällt an der stelle schon mal lasst mir natürlich gerne da oben da empfehlt es euren freunden verwandten omas opas und wem auch sonst so ähm damit wir natürlich langsam auf die 2k kommen ich weiß dass es ist immer schwierig wenn ich natürlich auch nicht so viel mache klar verstehe ich aber das hatte natürlich auch einen grund den habe ich euch ja auch im vorfeld schon bekannt gegeben aufgrund der tatsache dass ich meine abschlussprüfung hatte ähm ist das natürlich damit auch ich sag mal in ordnung ne oder verständlich so gesehen ähm ja oh gott jetzt verleihe ich das zeug hier einfach rein mir ist es jetzt erstmal würde ich fast behaupten egal wie das ganze hier aussieht Hauptsache das steht da drin ne Guck gleich noch mal wo ich die flüssig big packs hin packe aber die packe ich vielleicht Weiß noch nicht ob wir die unten hin packen sollen oder auch oben Auf jeden Fall haben wir dann hier wieder platz in der halle und dann wollten wir glaube ich auf die andere seite wollten wir auch noch eine halle bauen oder wie war das Irgendwas Irgendwas hatten wir doch davor gehabt wenn ich mich richtig erinnere Oh Sorry So Nehme ich überhaupt auf? Ja ich glaube schon ich habe das alles voll verlernt Leute also seid mir nicht böse Ah ich weiß überhaupt nicht mehr wie das geht Lul Aber ich habe echt wieder mächtig Laune Hier mal ein bisschen wieder Gas zu geben Natürlich sind jetzt auch so ein paar kleinere Lücken Ähm Aber Ja Wir machen jetzt dann halt Langsam 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 aber sicher weiter Ja Nützt Nützt ja alles nichts Können ja hier auch noch mal ein bisschen so in der Innenkamera fahren Ist natürlich auch immer ganz nice So die Frage ist natürlich Oben oder unten Ich würde fast sagen Weiß nicht Also natürlich machen sie oben Sehen sie gut aus aber auch unten Wobei ich eventuell sagen würde Oh unten lassen wir frei für Frontlader und so ein Kram Deswegen würde ich schon sagen Wir packen die halt hier oben einfach mit rein Hoffe das macht auch irgendwie Sinn keine Ahnung Aber ich denke schon Aber ich denke schon So Dann haben wir oben auf jeden Fall eine komplette Reihe Und dann können wir unten die ganzen Werkzeuge hintun Sag ich mal was jetzt äh Frontlader Werkzeug Für einen Telelader Für einen Frontlader Für anderen Lader Habe ich glaube ich nicht Achso ein Hoftruck wäre noch was ne Das hätte noch Das hätte noch mal Style Ja so fahre ich auch in real life immer schon mit dem Stapler Lul Oder bin ich gefahren Jetzt im Moment ja nicht mehr Da muss ich ja nochmal los Leute Da muss ich nochmal ein bisschen Kann mir einer sagen Wie man da unten dieses Slip Zeug wegbekommt Das ist ja maximal Nervig Finde ich So Guck mal trotzdem dass ich den Schreck gegriffen habe Schaffe ich das aber auch den hier gerade rein zu stellen Ah ich sag mal Ich bin der geborene Bauer Lul So Ähm Dann kann ich ja die Gabel Kann ich ja theoretisch gleich hier Hier drin liegen lassen Zack Dann brauche ich noch die Gabel Die äh Ballengabel die da noch liegt Achso warte mal da hinten liegt auch noch eine ne Da liegt auch noch einer Müssen wir aber erstmal nochmal kurz hier Die Maschinen wieder neu Positionieren So Und dann gehe ich erstmal hier in den nochmal rein Ey wir haben so viele Maschinen mittlerweile und wissen gar nicht wohin damit Oh Sorry Vor allem habe ich Oh Gott Vor allem habe ich es immer noch nicht geschafft mir einen vernünftigen Controller zu besorgen Leute Das wollte ich ja vor eigentlich Aber ich habe noch nichts eingekauft War mir zu äh teuer Lul So den lassen wir da stehen Passt der noch daneben das wäre natürlich nice Ja das sollte passen Guck mal Da geht was So zack Wunderbar Dann gucke ich mal den Die Gabel da Die kann ich glaube ich nicht Ist nicht für ein Fontlader Ey hier für ein Telelader oder Irgendwas war doch da Irgendwas war doch da Hä Jetzt ist sie Ist sie doch für ein Telelader Ja jetzt haben wir ja zwei davon ne Kann ich ja eigentlich Eine ja verkaufen So Sehr gut Gut dann haben wir das ja schon mal ordentlich sortiert Haben wir wieder 888 Gewonnen Wenn man so will Zack Und dann lasse ich den Stehen Hier erstmal stehen Wunderbar Jetzt gucken wir einmal kurz Was die Felder denn So sagen Mit Zeit haben wir dann noch Eigentlich gar nicht mehr so viel ne Jetzt haben wir eine Folge fast Gefühlt nur irgendwie Naja okay wie dem auch sei Ähm Okay wir müssen auf jeden Fall Dünger beseitigen Ähm was ist hier drin Hier ist Dünger Äh ich meinte Ihr wisst natürlich was ich meinte Ähm dann lass uns doch den hier Jetzt komm ich hier nicht rein oder was Oh warte mal Oh Gott Muss hier noch ein Stück so fahren Runter damit Schläuche weg Und abkuppeln So hat alter die Kamera hier Backt ja ein bisschen da drin rum ne Zack Dann hängen wir das Ding hier erstmal an Denn die Zapfwelle und auch Schläuche haben wir glaube ich keine So da haben wir auf jeden Fall Pflanzenschutzmittel Dann fahren wir damit nochmal schnell rüber Und knallen das Unkraut weg Das will ja keiner Unkraut ist ja widerlich Und dann haben wir es schon geschafft für die erste Folge wieder Krasse Sache Leute So schnell geht das So schnell kann es gehen Wichtig ist natürlich Dass das Unkraut verschwindet Und mit der Arbeitsbreite geht das natürlich auch ganz entspannt Oh Da habe ich aber eins vergessen das habe ich genau gesehen Das muss ich vielleicht gleich nochmal nachziehen Aber das ist ja Auf allen Feldern ne Also nicht nur hier Sondern ja auch auf den Ach Gott Ja dann werden wir ja wissen was wir in den nächsten Folgen machen werden Lul Also die nächsten Folgen drehen sich dann alle ums Unkraut vernichten Juhu Aber ich glaube ansonsten sind die Felder soweit ja auch Ähm Alle gedüngt und so ne Also das ist natürlich schon gar nicht so blöd Das heißt wir haben dann die Felder auch alle gedüngt Und können dann natürlich Ja irgendwie wieder mit der Ernte beginnen Was natürlich noch nice wäre wäre diese Halle für die Stroh Pellets glaube ich Dann könnten wir da auch noch ein bisschen Ähm Da können wir ja auch noch Maschinen unterstellen Das da habe ich euch ja auch noch nicht ganz so viel gezeigt wie ich eigentlich ursprünglich wollte Weil natürlich auch Ähm Ja das Geld natürlich auch irgendwie knapp ist Deswegen Müssen wir da nochmal Müssen wir da nochmal schauen Gut aber ansonsten sind wir ja erstmal wieder am Start Ich hoffe ihr freut euch auf äh Wieder neue Videos Ähm Und wenn ich dann irgendwann wieder final In meinen eigenen vier Wänden so gesehen Bin weil wie gesagt ich bin ja immer noch äh Bei meinen Eltern Sag ich mal im Moment Durch die Aktion Durch die Situation Aber wenn ich dann wieder meinen eigenen vier Wänden bin Was vielleicht gar nicht mehr so lange wer sein wird Ähm Dann wird es auch mit Sicherheit Wieder am Wochen An Wochenenden oder so Ein Livestreamchen geben Aber das dauert alles noch ein bisschen Ich muss erstmal natürlich auch gescheites Internet da in die Bude kriegen Ähm Aber ansonsten wenn das alles im Place ist Dann geht es auf jeden Fall wieder richtig los Leute Ich freue mich endlich wieder ähm Videos zu machen Äh Und vor allem auch zu zocken Ey das hat mir echt ein bisschen gefehlt Aber man muss natürlich auch Prioritäten setzen Ähm Ja und ansonsten Wenn es euch auch gefallen hat Däumchen nach oben da lassen Wäre natürlich ganz nice Und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Machs gut Ciao ciao Outro Micha Achso Bis zum nächsten Mal.